Was ist eigentlich ein Tipp? Das ist ein Tipp. Tipps sind schlicht und ergreifend dazu da, den Nagel zu verlängern. Das Ganze gibt es in zig Ausführungen und Varianten. Hier mal ein paar. Es gibt Tipps mit verkürzter Auflage, Standard Tipps, French Tipps, Airbrush Tipps, also schon mit Mustern. Dann gibt es das Ganze als Stiletto-Form schon, als runde Form, als schräge Form, als gerade Form. Also ihr seht, da gibt es einiges an Auswahl. Sucht euch einfach mal aus, was für euch am besten ist und dann könnt ihr damit starten. Zudem gibt es Tipps in verschiedenen Größen. Der eine Hersteller macht es von 1 bis 10, der andere Hersteller macht es von 0 bis 10. Habe ich schon alles gesehen. Das heißt, wenn ihr euch Tipps von einem Hersteller organisiert habt und auch zufrieden seid, dann bleibt auch bei dem Hersteller. Damit ihr wirklich sicher sein könnt, dass ihr immer dieselbe Größe habt. Tipps sind grundsätzlich zum Verlängern da. Das Ganze wird mit einem Tippkleber auf den Nagel geklebt und zurecht gefeilt und schon habt ihr einen längeren Nagel. Zum einfachen Feilen des Übergangs von Tipp zum Naturnagel könnt ihr auch einen Tippblender benutzen. Das ist einfach nur eine klare Flüssigkeit. Die tragt ihr auf den Übergang des Tipps auf und das Ganze weicht das Plastik des Tipps ein wenig an. Dadurch könnt ihr den Übergang leichter abfeilen. Ich benutze das Ganze nicht mehr. In meiner Ausbildung habe ich Tippblender benutzt, aber mittlerweile bin ich so schnell im Feilen geworden, dass ich das Ganze nicht mehr brauche. Das war es auch schon mit dem Thema Tipps. Ich hoffe, das Ganze konnte euch ein wenig weiterhelfen. Wenn ja, gerne einen Daumen nach oben und ansonsten könnt ihr das Ganze hier oben abonnieren und hier unten geht es zu meinen letzten Videos. Euer Chris.